Ja, die werden, glaube ich, langsam glasig. Ich muss mir die Brille absetzen, bevor die gleich hollertreten ist. Das geht von Stufe 1 bis 12. Ich habe hier, Philipp, sag noch mal kurz, 6, 11 und... Nee, 6, 8 und 11. 6, 8 und 11 stehen. Und Notfallsanitäter, Sievi ist an meiner Seite. Das heißt, wenn ich umkippe, wirst du... Was macht man denn eigentlich? Mund-zu-Mund-Beatmung ist ja Quatsch. Scharf für dich. Also, ich würde erst mal ganz panisch um Hilfe schreien. Dann geht das schon mal los. Nein, Spaß beiseite. Also, meistens ist man dann so ein bisschen Kreislauf desreguliert. Vielleicht einen kühlen Lappen mal im Nacken und vielleicht die Beinchen ein bisschen hoch. Mehr sollte da nicht passieren. Mein Puls wird von Sievi hier schon gefühlt. Das war okay. Ja, da kommt über die Zungenspitze auf jeden Fall schneller. Ja, ja. Mein Atem fängt an, feurig zu werden. Also, nach dem Runterschlucken, beim Reden, merke ich es tatsächlich. Ist das Brötchen Deko oder ist das gleich zum Neutralisieren? Das ist 11 von 12 oder? Das ist jetzt die 11. Da ist ja gar nichts dran. Da ist ja gar nichts dran. Ich wollte gerade sagen, das ist ... Oh, genau. Einmal rein. Nicht mit der Zungenspitze. Direkt in den Mund. Und kauen. Mach es nicht mit der Zungenspitze. Kauen, 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 kauen. Weg damit. Da muss man noch ein bisschen breit. Und verteilen. Erstmal schön zergehen lassen. Erstmal schön zergehen lassen. Ich kriege die Stirn ja abgetuppt. Ja. Ich lösche mal direkt hinterher mit Milch. Wollte an die Scherkel gucken. Mhm. Braucht zwei, drei Minuten eigentlich, bis sie voll da ist. Ist das euer Ernst? Hättet ihr mir das nicht vorher sagen können. Ach so, übrigens. Das dauert zwei, drei Minuten, bis das voll da ist. Falls du das jetzt noch hilft. Ich will gerade noch mal eingehen. Ja. Oh, das war wirklich jetzt so ... Ich kann mir gut vorstellen, wenn du so ein Autogramm für die Brutzelhütte machst, dass du vielleicht an dir verewigt wirst an der Wand, oder? Ne? Dafür, dass du so tapfer warst. Können wir machen. Hast ihr eigentlich eure Soßen selber auch? Ihr seid ja nicht blöd. Der Startteil der Woche bei Radio Hamburg. Mit HVV-Switch. Jetzt einfach downloaden.